schönen guten tag alle zusammen willkommen neue runde neues glück letzten runden liefen ja nicht so schlecht bis jetzt noch kein minus bekommen gucken wir mal was diese runde ist wie viel wie viel camper wir haben doppelte waffen okay das mit den campern ist echt irgendwie ein problem also was heißt ein problem weiß nicht das nimmt halt dann doch irgendwann den spiel spaß gerade in ranglisten spiel muss ich sagen nimmt halt übel zehn spaß einfach weil es ja teilweise dann runden gibt die du echt nur verlierst weil der camper sind meine güte wann kommt denn jetzt immer unser erster ja 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 das war ein bisschen knapp da oben ey, das gibt's doch nicht gut ist jetzt keine Kassencamper gesehen oh, genau ja ja was ist das denn? was hat der denn für eine Waffe? eine 117, was ist das? ja, mit drei Schüssen bin ich auf einmal tot ja, wie bin ich dumm, oder? ich renne immer in meine eigene granate rein hä? scheiß Annihilator ja, meine Güte ja, von hinten läuft nicht so, ne? da oben, wie der da einfach die ganze Zeit drinnen hockt da ja, meine Güte 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 Der war ja durchwachsen, würde ich mal sagen. Wir hatten gute Gegner. Komisch gestorben an einigen Stellen. Naja. Ja, danke, dass ihr wieder zugeschaut habt. Es geht weiter hoch. Wir wollen mal gucken, welchen Rang wir jetzt vielleicht schon erreicht haben. Aufsteigen. Jawoll. Elite 4. Es geht weiter. Alles klar, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.